Intellektuelles Verständnis blockiert Empathie. Marshall Rosenberg. Herzlich willkommen zurück oder neu hier im 12. Tag im Adventskalender. Heute haben wir das 12. Türchen aufgemacht und hier besprechen wir Zitate von Marshall Rosenberg und ich gebe meine Interpretation dazu als Anregung und zur Vertiefung für Sie, wenn Sie sich für gewaltfreie Kommunikation und die Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Wir sind gerade ein bisschen in der Empathie drin die letzten zwei Tage. Deswegen jetzt nochmal Marshall. Das Zitat, intellektuelles Verständnis blockiert Empathie. Das klingt ja ziemlich radikal oder vielleicht auch ein bisschen unverständlich, weil natürlich müssen wir ja bestimmte Dinge verstehen, wenn wir jemandem zuhören und Empathie geben wollen. unterstützen wollen. Aber was Marshall damit meint, ist, dass wir in den allermeisten Fällen durch dieses rationale Verstehen, durch Nachfragen, durch das Erfragen von Fakten meistens sehr viel mehr unsere eigene Neugier befriedigen wollen oder ganz schnell eine Lösung suchen für das Gegenüber, das auch häufiger oder manchmal zumindest nicht unbedingt, weil es wirklich um die Lösung für den anderen geht, sondern vielleicht, weil wir das Problem nicht so gerne haben wollen, weil wir Ruhe haben wollen. Und manchmal halten wir es auch einfach nicht aus, wenn es jemandem schlecht geht. Und dann ist dieses rationale, dieses intellektuelle Verständnis eben ein Hindernis für echte Empathie. Denn echte Empathie bedeutet ja, dass sie ganz offen Verständnis und Interesse zeigen. Und dann natürlich im Sinne der gewaltfreien Kommunikation den Schwerpunkt darauf legen, wie geht es denn der Person gegenüber wirklich? Wie geht es ihr wirklich? Welche Gefühle kommen bei ihnen an? Welche ahnen sie, die noch gar nicht ausgedrückt sind? Darauf mal das Bewusstsein zu lenken, führt sie ganz woanders hin als ins intellektuelle Verständnis. Denn dafür brauchen sie keine oder kaum Fakten und Tatsachen und Informationen. Wie es jemand geht, kommt oft ganz spontan an. Und dann können sie üben und mal versuchen zu erahnen, welche Bedürfnisse das Gegenüber bedroht sieht oder gerade wirklich unerfüllt sind. Natürlich muss man dazu auch seinen Gehirnschmalz ein bisschen anstrengen, aber es braucht dafür kein wirkliches großes intellektuelles Rätselraten. Denn die Gefühle und Bedürfnisse teilen wir alle. Wir haben alle die gleichen Gefühle und gleichen Bedürfnisse, nicht zu jedem Zeitpunkt, aber im Wesentlichen. Und einfach nur mal zuzuhören und nur Gefühle und Bedürfnisse zu hören, ist wirklich wie eine andere Welt. Und wenn sie dann noch dem Gegenüber vielleicht mal zu verstehen geben, was bei ihnen ankommt, in ganz normalen, einfachen Begriffen, werden sie oft feststellen, dass sich die Personen gerade dadurch sehr verstanden sehen und viel Klarheit in die Situation kommen kann. Vielleicht probieren sie es mal aus, als kleine Anregung für die Adventszeit. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Hiersein. Bis morgen. 3 2 2 3 3